So, moin moin, mit ihrem Bruder Keilo am Spazieren, hier gerade beim Krankenhaus am Längspazieren, das ist so eine Runde, die ich hier habe. Und da ist mir gerade aufgefallen und ich werde gleich mal eine kleine Umfrage machen. Moin, der will nur schnüffeln. Da komm, ne ich sag, der will nur schnüffeln und Pipi machen, andere Leute interessieren ihn immer nicht beim Spazieren gehen. Ciao, ciao. Komm, Keilo. Na komm, weiter jetzt, so abgehobener. So, komm. Also, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Bleib hier. So, jetzt muss ich die Story kurz abbrechen, weil erstmal mein Alzheimer reingekickt hat und zweitens da relativ viel los war mit Autos gerade. Mir ist aufgefallen, oder mir ist gerade eingefallen, ich wurde in meinem Leben noch nie operiert. Klar, Zahn gezogen, also sprich, Weisheitszahn ist ja auch theoretisch gesehen, glaube ich, eine Operation, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, ich wurde noch nie operiert, Vollnarkose, Teilnarkose, also ja. Und jetzt interessiert mich, wollt ihr schon mal operiert? Ja oder nein? Stimmt mal ab, aber ehrlich abstimmt, nicht bescheißen. Ich will mal wissen, ob das was Besonderes ist, dass man noch nie operiert worden ist oder eigentlich nichts Besonderes ist. Ich möchte euch nur noch eins sagen. Seine Pleite war gefaked. Hier ist der Beweis. Hier ist der Beweis. Ne, ne, ne. Das war alles nur Show, Digga. Wie Miguel Pablo, Digga. Ich hab gut investiert. Ja, zeig mal die Arbeit. Oh, Digga. Ey, dass du dich so ablichten lässt jetzt. Ja, irgendwann vergesse ich noch mal meinen Kopf, hat meine Mutter früher mal zu mir gesagt. Ach, da sind sie ja, die Goodlifer. Ja? Mach mal den Rasen hier frei. Ja? 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 Vielen Dank.